Fotos von Liam Paynes Hotelzimmer sorgen für Spekulationen Liam Payne, Kreuz 31, schied viel zu früh aus dem Leben Der One Direction Star starb am Mittwoch nach einem Sturz von dem Balkon seines Hotelzimmers in Buenos Aires Das Ausmaß des tragischen Vorfalls wird nach und nach immer bewusster Nun liegen The Mirror Fotos vor, die angeblich die Suite des Musikers in Argentinien zeigen Darauf ist unter anderem ein eingeschlagener Fernseher zu sehen Auf weiteren Bildern, welche argentinische Medien veröffentlichten, sind außerdem leere Champagnergläser sowie weißes Pulver auf dem Fußboden zu sehen Die Behörden baten bereits darum, keine voreiligen Schlüsse zu ziehen Bislang ist nicht klar, was sich kurz vor Liams Tod in seinem Zimmer abspielte Inwieweit die Gegenstände in Liams Hotelzimmer mit seinem Tod zu tun haben, soll noch untersucht werden Es sollen toxikologische und anatomisch-pathologische Untersuchungen seines Blutes und Urins durchgeführt werden, um festzustellen, ob möglicherweise Drogen im Spiel waren In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hin beim Rettungsdienst in der argentinischen Hauptstadt ein Notruf ein Wie La Nation berichtete, sei am Telefon von einer Person im Innenhof des Hotels Casasur berichtet worden Vor Ort konnten die Einsatzkräfte aber nur noch den Tod des 31-Jährigen feststellen Eine vorläufige Autopsie, die vom Forensic Medical Corps durchgeführt wurde, ergab bereits Liam verstarb an mehrfachen Traumata, welche sowohl innere als auch äußerliche Blutungen verursachten Liams plötzlicher Tod schockierte auf der ganzen Welt So teilte seine Familie ein Statement, in dem sie dem Story of my Life Interpreten Tribut sollten und deutlich machten, wie erschüttert sie sind Wir sind untrüstlich Liam wird für immer in unseren Herzen bleiben und wir werden ihn als freundliche, lustige und mutige Seele in Erinnerung behalten, hieß es in der Erklärung, wie Demir berichtete Liam hinterlässt seine Eltern Jeff Vielen Dank für's Zuschauen